Und ein großer Fehler, den viele Muslime hier gemacht haben, sie haben gedacht, sie müssten, damit den Menschen der Islam gefällt, müssen sie den Islam also unislamisch darstellen. Zum Beispiel, es fragt jemand, gibt es im Islam Kopftuch? Und der gegenüber, der Muslim, weiß genau, es gibt im Islam Kopftuch, aber er weiß, dass es dem Christ oder dem Juden oder Buddhisten oder Atheisten nicht gefällt, wenn er sagt, dass es im Islam Kopftuch gibt. Und er sagte, ja, das können wir auch heute anders verstehen. Das ist nicht Islam. Unsere Botschaft, unsere Aufgabe ist nicht, Islam schön zu reden, denn Islam ist schön. Islam ist das schönste, schönste Religion, also in unserem Glauben als Muslime. Da müssen wir nicht schön reden. Wenn das einem nicht gefällt, das ist seine Sache. Und dann, was ich auch noch bemängeln muss, was in der Dauerarbeit viel falsch gemacht worden ist, ist, dass die deutsche Bevölkerung, oder sagen wir mal, die nicht muslimische Bevölkerung, angelogen worden ist. Ja, es kommt jemand in eine Moschee, er möchte sich über Islam informieren und man macht ihm nur schöne Augen. Ja, hier wollen sie einen Tee, wollen sie ein Stück Kuchen, wollen sie dies, wollen sie das. Es ist alles schön. Ich habe nichts gegen Tee, ich habe nichts gegen Kuchen, das ist sogar sehr gut. Das ist von Gastfreundschaft. Der Prophet sagt, wer an Allah und den jüngsten Tag glaubt, der soll seinen Gast großzügig behandeln. Das ist alles islamisch. Aber es muss auch unbedingt die Botschaft rübergebracht werden. Und es kann nicht sein, dass jemand fragt, ja, wie ist das denn wir Christen, wenn wir das Christus befolgen, kommen wir dann ins Paradies. Und man sagt zu ihm, ja, sie glauben ja auch an Gott. Weil das ist verkehrt. Weil wir müssen nicht lügen, damit die die Religion mögen, damit die uns mögen, sondern die Leute haben es verdient, dass man ehrlich mit ihnen redet. Die Leute haben es verdient, dass man ehrlich mit ihnen redet und dass man sagt, dass jeder, der etwas anderes außer dem Allmächtigen Gott anbetet, sei es mit Opferung, sei es mit Fasten, sei es mit Beten, in die Hölle geht. Egal, egal ob denjenigen, der ihr anbetet, ob der Jesus heißt, oder ob der Maria heißt, ob sie Maria heißt, oder ob er Mohammed heißt, Frieden auf ihn. Sondern jeder, oder ob er einen Stein anbetet, oder ein Baum, oder ein Buch, oder ein Glas Wasser, jeder, der etwas anderes außer dem Allmächtigen Gott anbetet, geht in die Hölle für alle Ewigkeit. Und dies muss man, sagt man einem nicht als Angriff, sondern man sagt diese Sache als guten Ratschlag. Natürlich guckt man natürlich, wie man das rüberbringt, aber es kann nicht sein, dass wir sagen, Christen und Juden sind auch Gläubige. Das heißt Gläubige, was heißt Gläubige? Im islamischen Sinne heißt ein Gläubiger, der glaubt an Allah. Das heißt an Allah, so wie er ist. Wo wird Allah so beschrieben wie im Koran? Nirgendwo. Natürlich, Leute glauben an Allah. Wir sagen nicht, diese Menschen sind Atheisten, wir sagen, diese Menschen glauben an Gott. Aber Gott, an Gott zu glauben, heißt nicht, dass es keine Sache, das bedeutet nicht, dass jemand gläubig ist, im islamischen Sinne. Denn im Koran heißt Mubmin, das wird als gläubig übersetzt. Denn was heißt das, als erstes an Allah glauben? Das heißt, dass Allah der Eine ist, der Einzigartige, dem nichts gleicht, der Einzige, der es verdient hat, angebetet zu werden. Der Einzige, der ewig ist. Wenn jemand sagt, die Seele ist unsterblich, dann gibt der Gott einen Partner. Dann sagt er, es gibt noch etwas anderes, was unsterblich ist. Wenn jemand sagt, jemand anderes wie Jesus oder Maria kann angebetet werden, dann gibt er ihm einen Partner. Wenn jemand sagt, und das ist auch ein Missverständnis von den Christen, er sagt, dass der Heilige Geist und Jesus auch zu Gott gehören, oder Gott sind, dann hat er Gott Partner gegeben. Hat er andere zwei Götter neben Allah gestellt. Jetzt wird natürlich ein Christ sagen, nee, das ist falsch, was du erzählst. Weil du sagst jetzt, wir glauben an drei Götter. Wir glauben nicht an drei Götter, wir glauben an einen Gott. Ja, das ist diese Sichtweise. Aber wenn wir sagen, dass Jesus nicht Gott ist und der Heilige Geist nicht Gott ist, was wir als Muslime sagen, dann ist das für uns drei Götter. Natürlich, wenn jemand sagt, das ist eins, eins plus eins plus eins plus eins sind eins, ja, eins plus eins plus eins sind eins, ja, okay, dann ist die Sache anders. Aber wir sagen natürlich, dass Jesus nicht Gott ist, nicht wesensgleich ist mit Gott, was auch ganz deutlich in der Bibel klar wird, weil Jesus zu Gott betet, weil Jesus sagt, er weiß nicht, wann der jüngste Tag ist. Also Jesus betet zu Gott in Matthäus 26, Vers 39 und er sagt selber, dass er nicht weiß, wann der jüngste Tag ist, dass es nur Gott weiß. Das ist in Markus 13, Vers 32 und der Heilige Geist ist auch nicht, keine göttliche Person. Dann haben wir natürlich aus islamischer Sicht drei Götter, weil Gott heißt auch, was Gott ist, die nicht verehrt wird. Das heißt, wenn jemand einen Baum anbetet, dann ist der Baum kein wahrer Gott, aber er hat diesen Baum zu einem Gott gemacht, zu einem Anbetungsobjekt. Das wollte ich nur ganz kurz dazu gesagt haben. Dann als nächstes, woran muss der Glauben, wenn er als gläubig bezeichnet wird im Islam? Er muss an die Engel glauben. So viele Christen heutzutage, normalerweise im Christentum gibt es Engel, glauben nicht daran. Okay, sagen wir die ersten zwei Punkte, okay. Dann kommt der dritte Punkt, er muss also nur als gläubig bezeichnet werden, an alle Bücher Gottes glauben. Das heißt im Islam, wenn jemand an nur einen Vers im Koran oder eine Suche im Koran nicht glaubt, dann ist er kein Gläubiger. Also wie kann jemand Gläubiger sein, aus islamischer Sicht, wenn er an den ganzen Koran nicht glaubt? Dann kommt der nächste Punkt. Dann kommt der nächste Punkt an die Propheten. Er muss an alle Propheten glauben. Wir Muslime glauben an alle Propheten, von Adam, über Jakob, über Moses, Jesus, Abraham, alle Propheten, bis zu Mohammed, der letzte Prophet. Wenn jemand an nur einen Propheten nicht glaubt, ist er kein Gläubiger. Das heißt, wie kann jemand gläubig sein, wenn er nicht an Mohammed glaubt? Dann muss er glauben an das, was am jüngsten Tag passiert. So, wer glaubt an alle Details, die der Propheten gesagt hat? Die Bestrafung im Grab, das, was passiert, dass man alle am jüngsten Tag sieht und so weiter. Das heißt, wer an eine Sache davon nicht glaubt, ist kein Gläubiger. So, dann geht es weiter. Die Vorherbestimmung. Wer glaubt daran? Also an diese Sachen muss man erstmal glauben und das muss man nicht nur im Herzen glauben, das muss man auch mit der Zunge bestätigen und das muss auch zu Taten folgen. Auch wenn es wenige Taten sind, aber es muss auf jeden Fall Taten müssen daraus, es muss dann zu Taten kommen. Das ist eine ganz wichtige Sache und deswegen das Problem ist mit dem Wort gläubig. Weil wenn man jetzt in dieser Gesellschaft von gläubig redet, weil es so viele Atheisten gibt, dann redet man von jemandem, der an Gott glaubt. Natürlich, wir sagen nicht, die Juden glauben nicht an Gott. Wir sagen nicht, Christen glauben nicht an Gott. Aber wenn wir sagen, um ein Mugmin zu sein, ein Gläubiger im islamischen Sinne, muss man diese Bedingungen erfüllen, die ich vorher genannt habe. Also ist ein Christ und ein Jude kein Gläubiger im islamischen Sinne, natürlich, er glaubt an Gott und das können wir ja gar nicht, da haben wir gar nichts gegen auszusagen. Nur das wollte ich kurz klar machen. Deswegen, wenn man mit den Leuten redet, oder wenn man mit Nicht-Muslimen redet, man muss ehrlich sein. Ja, wir sind eine Religion, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam war ehrlich. Es kam ein Mann zu ihm und dieser Mann sagte zu ihm, wo ist mein Vater? Und der Prophet sagte zu ihm, er hat die Eingebung von Allah bekommen, er sagt, dein Vater ist in der Hölle. Und der Mann war traurig, beziehungsweise wütend ist gegangen und der Prophet hat nach ihm bestellt und hat ihm klar gemacht, hat ihm gesagt, mein Vater, also der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, Mohammed hat gesagt, mein Vater ist auch in der Hölle. Und das ist eine sehr wichtige Sache, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam war ehrlich gewesen. Und das ist, was den Erfolg bringt, weil der Segen von Allah in dieser Daua, und außerdem kriegen wir Sünden aufgeschrieben, wenn wir lügen über die Religion, und zu verleugnen, zu sagen, dass ein Christ oder ein Jude ein Muqmin ist im islamischen Sinne, das ist Kufar, das muss man wissen, da leugnet man den Koran mit. Weil der Koran sagt ganz eindeutig, beispielsweise in Surah 5, Vers 17, لَكَتْ كَفَرَ لَذِينَ كَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِّيُّ إِبْنُ مَرْيَمُ Diejenigen sind ungläubig geworden, die sagen, Allah ist der Jesus, der Sohn der Messias, der Sohn der Maria. Und das ist eine ganz wichtige Sache. Wer sagt, die sind gläubig, der ist auch aus dem Islam ausgetreten. Das muss man wissen, wenn er meint im islamischen Sinne. Deswegen, wir machen selber Sünden und wir haben nur Segen in unserer Dauer, wenn wir ehrlich mit den Menschen umgehen. Wir lügen nicht. Wir reden nur die Wahrheit. Entweder wir reden die Wahrheit oder wir schweigen. Aber nicht, wir versuchen, den Zwischenweg einzuschlagen. Sondern der Islam ist ehrlich. Seht ihr, der Prophet, der Prophet hat zu ihm gesagt, dein Vater ist in der Hölle. Es ging ihm nicht darum, dass dieser Mann in den Islam reinkommt. Es geht um die Wahrheit als allererstes. Hätte der Prophet gesagt, dass er in den Islam reinkommt, dann wäre es hauptsächlich darum gegangen. Dann hätte der Prophet zu ihm gesagt, ja, dein Vater ist auch im Paradies, folge mir. Hätte man gesagt, oh brav, das ist ein schöner Prophet, wunderbar, ach, mein Vater ist im Paradies. Dann komme ich. Also der Prophet hätte zu ihm gesagt, dein Vater ist im Paradies. Hätte er nicht gesagt zu ihm, dein Vater ist in der Hölle. Hätte er ihn nur für den Glauben gewinnen worden. Aber der Prophet sagt, dein Vater ist in der Hölle. Weil es geht um die Wahrheit. Und dann kriegt man Segen von Gott. Und nicht, wenn man die Menschen betrügt und belügt und bestiehlt. So. Also, hätte der Prophet gewollt, er will nur in die Religion, hätte er zu ihm gesagt, dein Vater ist im Paradies. Und mein Vater ist im Paradies. Oder komme ich in meine Religion, ich bin ja der Prophet, ich mache dann ein Bittgebet für deinen Vater, dass er aus der Hölle rauskommt. Nein. Aber der Prophet sagt damit, dass er, der Prophet selber, keine Macht gegenüber Allah hat. Dass es Allah seine eigene Entscheidung ist, wer in die Hölle geht und wer in das Paradies geht. Und er sagt auch, sagt Allah selber auch im Koran, in Suche 2, Vers 255, من ذَلَّذِي يَشْفَعُ إِنَّهُ إِلَّا بِإِذْنِي Wer ist derjenige, der bei Allah Fürsprache einlegt, ohne die Erlaubnis von Allah? Also der Prophet SAW kann nur für jemanden Fürsprache einlegen, wenn Allah dem Prophet SAW die Erlaubnis gibt, Fürsprache einzulegen. Und für wen kann der Prophet SAW Fürsprache einlegen? Das sagt die islamische Botschaft. Ja. Sagt Allah im Koran, also der Prophet kann nur Fürsprache einlegen, für wen? وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِبَنْ إِرْكَدَا Also sie, die Fürsprache einlegen, können nur Fürsprache einlegen, für wen? Für den, mit dem Gott Allah zu fürreden ist. Das heißt, er macht keine Fürsprache für jemanden, der, also als Käfig stirbt. Eine Ausnahme ist, wer durch den, wer also aus der Hölle, also es gibt Fürsprache, also wer, ist Abu Talib. Abu Talib wird, weil er dem Propheten geholfen hat, er wird, deswegen, er wird in die unterste Stelle des Feuers kommen. Und das ist auch immer noch eine sehr, sehr schwierige Strafe. Das heißt, er hat wie Schuhe aus Feuer an, sodass sein Gehirn anfängt zu kochen. Ja, das ist bei Abu Talib der Fall. Aber, es kann kein Ungläubiger, der als Ungläubiger stirbt, und er hat die Botschaft und die Warnung bekommen, aus der Hölle rauskommen. So muss man ehrlich sein mit den Menschen. Wäre der Prophet SAW ein Scharlatan gewesen, und wir wissen, dass viele Menschen damals, also mit Islam nichts zu tun hatten und eventuell als Götzen niedergestorben sind, ob sie jetzt gewarnt worden sind und dann gar keine Ausrede mehr haben oder nicht gewarnt waren und vielleicht noch eine Entschuldigung haben bei Allah. Das ist eine andere Sache. Aber wäre der Prophet ein Scharlatan gewesen, hätte er gesagt, ich komme alle in meine Religion, ich mache für alle eure Vorväter Fürsprache. Und da hätte sich jeder gefreut, gerade die Araber, die so eng in Familien verwurzelt waren, hätten gesagt, ja, okay, dann treten wir in diese Religion ein, dann kommen unsere Vorväter auch ins Paradies. Aber nein, der Prophet SAW hat ganz klar gemacht, dass sogar der Vater des Propheten in der Hölle ist und dass sogar der Onkel von ihm, Abu Talib in der Hölle ist. Und das ist Ehrlichkeit. Denn man muss ehrlich sein, denn Allah sagt auch im Koran, wie ich das eben schon gesagt habe, وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَارُ الْمُبِينَ Und uns obliegt nichts anderes, außer die deutliche Verkündung. Deswegen nochmal, an allem Nicht-Muslime, betrachtet Islam und entscheidet selber, ist das die wahre Religion Gottes? Denn es gibt keinen Zwang im Glauben. Allah sagt uns, in Sohre 2, Vers 255, لَا رِكْرَا فِدِينَ Und er sagt in Sucha 18, ich glaube Vers 25, Allah au alam, ich weiß es nicht ganz genau, auf jeden Fall in Sucha 18, كُلِلْحَقُمْ يَرَبِّكُمْ Sprich, die Wahrheit ist von deinem Herrn, die Wahrheit. فَمَنْ شَعَفَ الْيُبْمِنَ Und wer will, der soll glauben, وَمَنْ شَعَفَ الْيَقْفُرُ Und wer nicht will, der soll ungläubig sein. Das heißt, wenn er ungläubig sein wird, er wird seine Last selber tragen, die er da fährt. Für die Muslime, lügt die Menschen nicht an, betrügt die Menschen nicht, bringt diese Botschaft nach vorne und eventuell mit allen Mitteln, die ihr habt, also mit allen legalen Mitteln, jetzt nicht, dass das jemand falsch versteht, weil wir sind gegen Terrorismus oder solche Sachen. Und er soll sich also CDs beispielsweise brennen, an seine Nachbarn verteilen oder ihnen zumindest die Internetseite geben oder irgendwelche anderen Bücher, oder CDs, es muss ja nicht unbedingt unsere Dinge sein. Und das sind die Worte, die ich den Menschen mit auf den Weg geben wollte. Subhanakalaumwabihamdik, al-shaduwa al-la ila ila an-tastafiru qa batubelik.